Kommen Sie her. Kommen Sie näher. Noch näher. So ist es gut. Ich bin Vincent Price. Sie werden das gleiche erleben wie die unschuldigen Opfer, die hier in diesem Haus auf grausame Art umgebracht wurden. Es war das Biest. Wer ist das Biest? Alle, die es sahen, mussten sterben. Wie lange ist der Mann tot? Eine halbe Stunde etwa. Sie meinen, es war das Biest? Die Verletzung ist typisch. Vielleicht ist es noch im Hause. Das ist schon möglich. Hier steht übrigens, das Biest hinterlässt niemals Fingerabdrücke. Keine Fingerabdrücke? Naja, wenn es kein Gesicht hat, wird es auch keine Hände haben. Das Biest wartet auch auf dich. Lizzie. Lizzie. Untertitelung des ZDF, 2020